I am returning the ticket Ja, also du wäre du und ich wäre ich Genau, Tizzi Gut Nicht gut Parat? Wer von euch braucht länger im Bad? Brandon, bist du einverstanden? Nein, Tizzi, ich habe wenig Haar, ich brauche kein Make-up Aha Ja Du ja Sprottes Wasser ist sicher am Morgen Oh, dann ist es Sommer Okay, wer von euch kann besser tanzen? Ich glaube ich Ich kann nicht tanzen, ich tue nicht gerne tanzen Und ich will nicht tanzen Darum ist alles klar Ich tue gerne tanzen, ich möchte gerne tanzen Ich liebe tanzen Ja Ihr könntet ja nicht verschiedener sein Oh ja Wer von euch macht besser Party? Hey, ihr stimmt ja sogar überein Ja Ja Tizzi ist 17, sie darf noch kein Party machen Okay Aber flirten dürfen wir Wer von euch flirte denn mit? Okay, wer hat die Fragen zusammengestellt? Ja, ich finde es auch nicht gut Das sind mega schlechte Fragen Ja, ja Ich will sie nur nicht beantworten Ja Okay, die nächste Frage Okay, dir zu lieb Wer von euch ist ehrlicher? Oh mein Gott Ja Ist doch keine schlimme Frage Ähm Tizzi und ich beide gleichzeitig Ähm Mir Mir Was ist das jetzt? Ich und ich Genau Ja okay Ich glaube euch jetzt mal Wer von euch würde vom Bachelor Vujo den Rosen bekommen? Wieso eher Brandon Tizzi? Ich weiss auch nicht Weiss auch nicht Ey nein, sorry Ey nein, wirklich Online Team Was sind das für Fragen? One more time Also gut Wer von euch hat mehr Lampefieber? Ich Er Hundertmal ich Ich habe null, er hat hunderttausend Ich habe hundert Prozent, sie hat null Prozent Die ist am lachen und am hängen Bevor es los geht Ah ja Ißt noch zumhes Und trinkt etwas Wasser Und hängt zu viel hinten Ich bin einfach kurz Wie denn? Ja auf einem Kreisnen auf den Boden Hau mein Gott Also wie jetzt gerade U res Sie haben es super gemacht Ja Wirklich Einen Hug Geben auch einen Hug Oh, ihr seid süss Untertitelung des ZDF, 2020